Servus, bonjour, einen schönen Tag wünsche ich euch alle, gell? Und habt ihr die erste Tiersche schon aufgemacht? Eich, ach, schee, gell? Kerle, ich wünsche mir ja, ich mache jetzt mal Tiersche auf und endlich ist da wieder eine stabil Bundesregierung drin. Die auch mal anfangen jetzt endlich wieder zu regieren, so wie wir uns das vorgestellt haben, als wir euch gewählt haben. Kerle, sowas habe ich schon nie erlebt, die diskutieren sich tot. Kommt jetzt in die Strömpolitiker. Dass es mal weiter geht jetzt wieder in Deutschland und zwar, wie gesagt, schon beim letzten Mal. Für uns alle bitte, dass wir auch wieder ein bisschen was in der Tasche haben und dass wir uns wieder raustrauen können auf die Straße, ohne immer nur Angst zu haben oder irgendwas. Also bitte, vielen Dank jetzt dafür schon mal. So, und jetzt will ich nur sagen, ihr anderen, geht ruhig auf die Weihnachtsmärkte. Ich gehe auch hier, trinkt ein schöner heißer Äppler, aber passt auf euch auf. Und genieße die Adventszeit. Ei, das ist jetzt eine Schee-Zeit. Besinnlich. Das sind unsere Traditionen jetzt, die mir lieben. Ich lieb das, durch die Straße zu gehen und überall ist beleuchtet. Das ist doch schee. Also, ihr Lieben, passt auf auf euch. Und hier für die Woche ein ganz kleiner Witz. Ei, sechte Vater zum Fritzchen. Fritzchen, zünde mal den Christbaum an. Sechte Fritzchen nach ein paar Minuten. Vater, soll ich die Kerze auch anzünden? Ha ja, so ist das. Also, aufpassen. Habt ihr schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020